Good work everyone. Let's go reporting. Yeah. Good work everyone. Good work everyone. Let's go reporting. Yeah. Good work everyone. Good work everyone. Good work everyone. Good work. Good work. Good work everyone. 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 You have any idea what that means? Yes. Well. Perhaps the time is right to inform you. Eons ago, the gods were gifted with both eternal life and the knowledge of good and evil. In those days, they were known as Nahobino. However, the Creator ordered the forfeiture of Nahobino's knowledge. Thenceforth, they regressed into demons. Lamu is one such demon. It is likely he intended to reclaim his knowledge and assert power as a Nahobino once more. But what does any of that have to do with Itsukishima? Well, you see, the Creator sealed the demon's knowledge within the Garden of Paradise, inside a forbidden tree. But then came a serpent, who tempted the Garden's inhabitants to eat of the tree's fruit and thus consume its knowledge. From then on, that knowledge was bound to the human soul, and is still passed down throughout the generations, or so the tale is told. Thus, we can conclude Itsukishima had inherited such knowledge. Does this mean that the knowledge of all those lost gods is flowing through us, too? It is very well possible. In any case, the demons of then and now yearned to reclaim what was lost, and so seek human souls. Yet the union of man and demon remains prohibited. Why is that? Because those who bear knowledge, namely, a Nahobino, pose a threat to God's established order. Specifically, they have the potential to recreate the world. So, if I have this right, Lamu attempted to retake his knowledge, in order to destroy the current system? That is correct. Then if that's true, wouldn't that mean his existence as a Nahobino is also a threat to God's order? Hmm. I would like to explore that matter further with you. Alas, the day has grown late. We'll save it for another time. For now, return to your quarters, and get some well-earned rest. Understood. We'll do just... Hey, uh... Atsuta? Both of you. You guys down to meet me on the roof later? Hmm. Okay, yeah. And if you... aber wenn ein albino das und das alles kann ich bin ja noch einer so kann ich das dann nicht eigentlich ja neflin denn neflin ist der natürliche feind gottes was ist gezählt wird vielleicht wird noch aus dem innerstand gezählt da wurde Ja, also, ich verstehe nicht all diese Werteilung oder die Rekreate der Welt. Alles, was ich interessiere, ist, was wir anders machen können. Zu sagen, Mitsukishima. Du bist der smarte Mann hier. Was denkst du? Wir haben vielleicht noch nicht gewusst, ob wir die Situation früher wussten. Vielleicht haben wir noch mehr involviert. Ultimately, Lamu hat sie Angst gebeten, und hat sich die Schmerzen von ihrem Schmerzen. At dieser Punkt, sie war zu verletzend, um zu retten. Let's go. You're right, Dalzai. And you know what, you might be stronger than you think. So, what do you make of their conversation? Indeed. But don't forget, you have the proto-fiend of Bethel at your disposal. I will support you at all costs. Regardless of what goals you may have, I will see to it that they are fulfilled. This I swear. Good morning, everyone. We've just received word from Bethel's inner council. It falls to me to relay their message. You did us a great service in destroying Lamu. However, our superiors are taking the demonic incursion very seriously. To leave such audacity unpunished would only invite further demonic offense. They aim to hit the forces of chaos with everything they have. They want a full-on assault. More specifically, an attack driven by our finest agents from across Bethel's international reach. That said, as Bethel Japan, we are not assigned to this operation. What? Why not? The last operation took quite a toll on our forces. Enough that we now have to rely on, no offense meant, amateurs and juveniles. To put it bluntly, HQ has judged our remaining strength and found us wanting. It's true that we aren't the most powerful. But we should be on the front lines in the fight against chaos. Tokyo is our city. And it's our duty to protect it. Yeah, I... I think he's right. Frankly, so do I. Which is why our current plan is to join the operation, despite our orders, or lack thereof. Awesome! You and Dazai, your assignment is to cover the Tokyo Diet building in the Netherworld. There's an underground passage nearby, connected to Chuo City. You will infiltrate by way of that passage and defeat the Demon King. Yes, sir! Yuzuru Atsuta, I have something a little different in mind for you. Stay after the meeting and I'll explain. Of course, sir. Yes, we're splitting up for this one. But let's give it all we've got. As of now, consider yourself deployed. Head to your mission. Well, I don't know if it's really so good, except for... well, especially you. Log out for yourself. Is there a service provided? Yes. Ew. Eheh, ha, 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 ha. Hm... Are you guys right到 where it has allets and 44 hours? Take care. Ja, ich bin hier auch. Ich hoffe, alles wird gut. Na gut. Hopp in die Dämonenwelt. Hopp. Ich bin sehr froh, dass du nichts zu sagen hast, als wir unsere aktuellen Mission bekommen haben. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich wusste es nicht. Äh, mir würde es sehr fein und gut. Ich wollte mitmachen eigentlich. Wenn wir ehrlich sind. Das könnte eine große Strecke. Es wäre besser für dich, solche Erfahrungen zu vermeiden. Nur wissen Sie, dass es keine Möglichkeit gibt, deine Gedanken von mir zurück zu halten. Es ist egal, wie du fühlst, kannst du mir immer vertrauen. Mit dem gesagt, lasst uns weiter an unsere Mission mit Haste. Na ja, bedenke ich habe vorher gesagt, ich möchte unbedingt stärker werden, dass ich meine Freunde beschützen kann. Also, sag ich mal. Parlaments? Ja. Es ist doch logisch, dass ich dann sage, ich möchte unbedingt mitmachen und halt die Klappe. Wenn ich aufstehe. Ich bin nicht los, den Durchgang zu kippen. Irgendwas irritiert mich. Das wäre den Mondkönig zu erschaffen. Nein, den Durchgang zum Mondkönig zu erschaffen. Warum soll ich nicht mit der Information tun? Das irritiert mich jetzt. Egal. Denkt wieder mal zu viel. Halt. Genau. Trotzdem. Ich meine ich ja. Ich fühle mich eigentlich, als welcher Verräter. Ja. Es ist halt so, man will, ja. Ja, was ist aber, wenn sie mich zur Waffe nutzen wollen, mich als Verräter machen wollen. Dann ist es nicht das. Ja. Na eben. Ich weiß ja auch nicht. Hm. Wieso ist der, äh, der, der eben so noch rausgenommen worden? Vielleicht, weil er eigentlich zu stark ist. Und der vielleicht zu viel wissen könnte. Hm. Vielleicht auch alles dafür. Nee, da ist ein Mensch. Wie bewitere. Dunkel. Ich war lange nicht mehr hier. Ey, Moment mal. Das ist eine Mission, die ich vielleicht nicht abgeben kann. Hm. Überall. und in dem bot zu dämonen gleich als nachbarn zu haben mich das irritiert wenn wir das nicht irritieren nette feindlinge also ja 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 ich kann Was ist das? Das war doch eh nichts. Ich habe immer noch keine Ahnung, wieso du mich kämpfen wolltest. Ich fess ihn. Was hast du denn? Was hast du denn Neues? Was hast du denn Neues? Die Abzugsjuweli. Das ist neu. Was hast du denn Neues? 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 Da ist keiner mehr. Warum soll das Hauptquartier genau dort sein, wo der Eingang ist? Dämonenkönig. Kein Sinn. Dämonenkönig. 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 Wow. Wow. Master Abdiel forbade you all from joining this operation. If you truly wish to reach the castle, you can enter from a place called Tokyo Station. But know this. If you value your lives, you should turn back. The demons of this land are too great a threat for you. Oh, thank you. My own partner, could you say, is not dead. No problem. This is... Oh. I'm not sure. What do you think? But you're not able to run this. You don't want to run this door. Oh. Yeah, yeah. I think we are going to run the melhor button. I don't want to run this door. Nein. Die Telefonkarte. Oh, ein Mima. Geh nach Hause. Ja, er ist nach Hause. Okay, was ist hier unten? Hier unten zählt doch als die Slums. Nein, das ist ein Pfeil. Danke für den Tipp. Oh, Narzissen. Hm. Alles schön. Das ist ein Pfeil. 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 Oh. Das ist ein Pfeil. 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 Das bef megam10ён. ganz verstand ich muss drauf gehen okay was bist du das ist ein komisches wesens aber ich muss doch irgendwie nach oben so ziemlich tiefen was ich glaub fettlich sein wie komm ich hier rauf wieder das ist der einzige mit oder hier rauf wahrscheinlich schein mir was jeder noch nie das war nicht ganz umsonstig an zusammen